Und da sind wir wieder und ich habe jetzt ein kleines Problem, ein sehr großes Problem. Ich habe so ein Ding weggeworfen, ein Edelstein, den ich brauchte, jetzt will ich den immer wieder. Und ich habe den glaube ich auch nirgendwo in der Tasche. Was wirft den denn einfach weg? Da wirft den einfach weg. Ah, nicht genug Platz. Jetzt finde ich das scheiß Teil nicht, Alter, das kann nicht sein. Nee, die will ich nicht. Da ist ein Mechanismus. Schön. Und viel wichtiger ist, dass ich das Ding brauche. Okay, die Lampe geht eigentlich mit, scheiße. Hurra, hurra. Jetzt sollte ich die ganze Scheiße nochmal machen. Hätte ich mal gespeichert, ey. Ich hoffe. Ah, da muss ich irgendwie zusammenschneiden oder ich laufe einfach durch. Ich versuche zu waschen. Ich wasche einfach durch. Arschlecken. Oder auch nicht. Idiot. Auch nicht schlecht, den Weg kann ich auch versuchen zu nehmen. Oder auch nicht. Sollte er das schon schlau machen, Tobi. Oh mein Gott. Wenn mal waschen klappt, ey. Unglaublich. Ich öffne natürlich weg. Ich bin ein Held, ey. Ich muss nur gebürt sein. Oh, der will zu mir. Dann hau ich ihn um. Ich bin ein Held. Geht. ... Das sieht gerade aus, dass sie irgendwie weggeworfen. Ich habe mich meistens nur überlegt. So, habt ihr gesehen. Ich bin direkt zum Verhängnis geworden. Aber macht da nix. Könnte ich ein bisschen mehr lustigen über mich. Macht da nix. Das lassen wir direkt hier das Buch. Lalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalala Speichern auf jeden Fall 100%ig So, Weg... Weg war eigentlich gar nicht so glatt. schweren immer links mann schmerzen dann hier rüber nach oben nach unten nach rechts einfach unglaublich Unglaublich. Edelstein. Diesmal ablehnen. Gut. Da kommen wir schon zu den hier. Zu unserem guten Endgegner. Oh. Warte mal, was stand da? Das gefühlt mir jetzt gar nicht, dass das da gerade stand. Das gefühlt mir gerade sehr nicht. Ich glaube, das können wir jetzt knicken hier. Wie, die Lampe ist feucht. Ah, was machen wir denn jetzt? Ach, zum Glück haben wir das Feuerzeug. Die Lampe brennt. Oh Mann, das war aber knapp, Jungs. Nee, wir wollen jetzt das Ding werfen. Und den kaputt machen. Vor Scheiße, würde ich sagen. Und wir machen noch einen ganz kleinen kurzen Cut. Für das Finale. Wir machen den 5-5-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-7-8-8-8-9-8-8-8-8-8-7-8-8-9-8-8. Ich bin jetzt an dem Kden.